Es ist schön, dass ihr da seid. Für viele von euch wahrscheinlich ganz ungewohnt noch. Am Bildschirm mit so kleinen Bildern zu sitzen. Aber ich bin sicher, wir werden uns heute Abend und morgen im Laufe des Tages da hineinfinden. Das Seminar soll ganz praktisch sein in erster Linie. Dazu wollen wir die vier Gefühle erforschen, die in der augenblicklichen Situation auftauchen. Untertitelung des ZDF, 2020